ja herzlich willkommen zu der neuen folge wo wir mit den 250ern unterwegs sind dem piaggio zip 70cc und dem quad atli 50cc und ja heute gehen wir mal ein bisschen in die natur raus und machen mal ein bisschen schlamm dreck match action bisschen driften bisschen wheelies mit dem zip und ja wenn euch so videos gefallen wie immer liken und abonnieren und ja viel spaß beim heutigen video ja 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 shit das ist mir vorhin auch passiert digga man braucht Glück auf dich ja 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 Voll rutschig, gell? Ja, das riecht rutschig hier. Junge, bleib nicht hängen links. Glaubst du, das geht? Safe, aber ich weiß nicht, wo der Weg hingeht danach. Doch, wir wissen es doch. Ja, okay. Also, Lennsau, fährst du mir voll auf? Ja. Ich bin direkt hinter dir. Bisschen engliger als Watt. Oh shit, ich hab meine Verkleidung verloren. Schaffst du, Wheelie? Ja. Ah ja. Die Bremse sind gut. Die sind gut, ja. Nein. Nein, ich kann nicht mehr sagen. Nein. Oh! Nein. Alter, man rutscht immer ab. Ja, lass mich gerade in Operatorahrze White. Das ist gut. Ihr Meter, halt auf. Nein. Die sind gerade mit vorsch So, wir sind jetzt am Spot angekommen und wir haben schon gemerkt, dass wir jetzt eine Reifenpanne haben. Da kommt Reifenschaum oder halt dieser Reifendichtstoff aus dem Reifen raus. Richtig geil. Nicht. Dann lass mal ein paar Drifts hier eher machen bei gefrorenem Boden. Reifenschaum. Geil. So, jetzt sind wir ein bisschen am Spot hier. Geil. Ja man, so macht es doch Spaß. Also wer sagt, dass man mit einem 50er Quad keinen Spaß haben kann, liegt auf jeden Fall falsch. Boah. Der war geil. Der war cool. Der war cool. One handed. Ja man. Der hat durchgezogen. Geil. Ja, das war es mit der zweiten Folge von unserer heutigen Ausfahrt. Geil. Und wie immer, wenn euch so Videos gefallen, vergesst nicht liken, kommentieren, abonnieren. Und ja, bis zum nächsten Mal.